Willkommen zum Video, ich bin Freddy von FitZuHause und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie viel Wasser du eigentlich trinken solltest. Also viel Spaß dabei! Warum solltest du viel Wasser trinken? Erstens, Wasser hilft beim Abnehmen. Wenn du vor der Mahlzeit ein Glas Wasser oder einen halben Liter Wasser trinkst, hast du etwas weniger Hunger und isst weniger, weil du schon etwas im Magen hast. Außerdem hilft das bei der Diät und ist ein super Tipp, um den Hunger zu bekämpfen. Außerdem bist du nicht so müde über den Tag, du hast einfach mehr Energie. Auch dein Hautbild verbessert sich, da deine Zellen mit ausreichend Flüssigkeit versorgt werden. Ebenfalls profitieren deine Haare, sie bestehen zu 20% aus Wasser. Auch die Entgiftung und Entschlackung des Körpers wird gefördert, da deine Nieren von viel Wasser profitieren und die Nieren zuständig sind, um dein Blut zu filtern. Auch das Faszien- und Bindegewebe, über das wir ja so viel reden, profitiert von viel Wasser und die Geschmeidigkeit wird erhalten. Nachdem du jetzt weißt, wieso du viel trinken solltest, will ich dir einfach ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie du das umsetzen kannst. Erstens, trink doch morgens gleich ein Glas Wasser aus, füllen zweites und stell das zum Frühstück. Das mache ich persönlich immer und hilft, da du ja in der Nacht eh nichts getrunken hast. Außerdem kannst du einfach eine Flasche Wasser oder ein Glas immer an den Arbeitsplatz stellen und so trinkst du unterbewusst nebenbei und kriegst so deinen Flüssigkeitshaushalt geregelt. Daniel für seinen Teil hatte immer einen 2-Liter-Kanister und das geht mit dem gleichen Punkt einher. Also du trinkst unterbewusst, weil du immer Wasser dabei hast. Er hat das zwar mittlerweile kaputt gemacht, aber solange wie er den hatte, hat das wirklich gut funktioniert. Mein Tipp ist auch noch im Sommer, Tee zu kochen, den abkühlen zu lassen und dann hast du einfach Wasser mit Geschmack. Im Winter kannst du natürlich auch gerne kalten Tee trinken. Mit einem Mythos möchte ich noch aufräumen und zwar, dass Kaffee Wasser entzieht oder Flüssigkeit entzieht. Das stimmt nicht, also an alle Kaffeetrinker seid beruhigt. Euer Kaffee zählt auch zu eurem Flüssigkeitshaushalt. Jetzt sind ungefähr Richtwert, wie viele ihr überhaupt trinken solltet. Man kann sagen, dass man so 0,04 Liter pro Kilogramm Körpergewicht trinken sollte. Außerdem kommt dann natürlich noch was dazu, wenn es besonders warm ist im Sommer oder du eine harte Trainingseinheit hattest. Nach einer harten Trainingseinheit oder beziehungsweise im Training kann man sagen, dass man nochmal ungefähr einen Liter mehr trinkt. Ja, ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen und du kannst ein paar Tipps umsetzen. Und ja, wenn, dann lass doch einfach ein Like da, abonniere. Guck doch noch auf Facebook vorbei und in unserer Sport-Zuhause-Gruppe. Dort schreiben wir über das ganze Thema. Du kannst Fragen stellen, wir antworten gerne. Und darauf dann erstmal einen Schluck Wasser.